Wir von Hampi's Garage haben uns zudem auf eine ganz besondere Marke konzentriert, deren Mythos auf der ganzen Welt bekannt ist. Durch die Spezialisierung auf Harley-Davidson und andere Custom-Bikes sind wir in der Lage, Ihnen hier einen umfangreichen Service zu bieten. Darüber hinaus verfügen wir über ein starkes Ersatzteilprogramm von einer Vielzahl an namhaften Herstellern. Als Händler, der auf die Marke Harley-Davidson spezialisiert ist, bieten wir Ihnen Ersatz- und Zubehörteile zu fairen Preisen. Besuchen Sie uns in Berlin-Wilhelmsruh.